Servus liebe Freunde der gepflegten Warthunder Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Heute soll es um die Battle Pass Fahrzeuge gehen, die ja auch in den Deathblocks in den letzten Tagen vorgestellt wurden. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich die Infos rund um das neue Update Groundbreaking deutlich spannender und auch deutlich wichtiger fand. Deswegen möchte ich aber jetzt, wo auch das zweite Bodenfahrzeug vorgestellt wurde, nochmal kurz darüber ein paar Worte verlieren. Los ging es für die neue Battle Pass Season mit den Deathblocks mit einem Torpedoboot, eher so völlig uninteressant. Und wenn ihr euch wundert, hä, wieso schon wieder die nächste Battle Pass Season, ja, die noch aktuell laufende Fearless Voltageur, die vierte Season, läuft noch bis zum 27. Oktober. Das ist kommende Woche Mittwoch. Ja, und dann geht direkt im Anschluss eigentlich schon die neue Season los. Ich glaube nicht, dass Gaijin hier bis zum November warten wird. Ich glaube tatsächlich, dass die dann gleich am 28., vielleicht spätestens am 29. mit der neuen Season anfangen werden. Es war bisher immer so, dass das so nahtlos ineinander überging, also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das hier an der Stelle auch der Fall sein wird. So, wie gesagt, die beiden Panzerfahrzeuge sind vorgestellt worden. Eins vorgestern am 20. und dann jetzt das zweite gestern. Das erste war das LVT-440 und, ähm, ja, da brauche ich euch, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Ihr seht schon, was das für eine Basis ist. Die Basis ist das, äh, amphibische Panzerfahrzeug LVT, was wir auch schon mehrfach im Spiel haben. Kam ja auch mal als Eventfahrzeug, ich glaube, mit der CIS, was ist denn das, eine CIS-5 gewesen oder was? Ich habe gar keine Ahnung mehr, was das, was das war. Also, das ist, glaube ich, eine 76-Millimeter-Kanone gewesen, ähm, kam irgendwann mal als Eventfahrzeug und, äh, ist dann als normal erforschbares Fahrzeug in den chinesischen Baum mit, äh, integriert worden. Die Amerikaner haben das LVT auch, ähm, noch mit einem, äh, Turm obendrauf, wo eine 37-Millimeter drin ist. Und jetzt bekommen wir hier schon wieder ein französisches Fahrzeug, schon wieder ein französisches Premium-Fahrzeug. Wir hatten ja erst im noch aktuell laufenden Battle Pass, ähm, erst eins. Also, das LVT 440 wird Rang 2 Premium-Fahrzeug bei den Franzosen. Es ist eine 40-Millimeter-Boforce drauf, ähm, brauchen wir gar, glaube ich, gar nicht jetzt mal so groß drüber reden. Ja, man sieht es hier auch schon und es steht auch im, im Dev-Blog drin, also, es wird eine relativ schlechte Gun-Depression haben. Ähm, ansonsten ist LVT an sich, ähm, das Ding kann schwimmen, hat keine Panzerung, aber ihr wisst ja, ne, keine Panzerung ist die beste Panzerung. Aber ich glaube, auf Rang 2 wird, ähm, die 40-Millimeter-Boforce schon ordentlich Spaß machen. Mit dem Ding kann man, äh, sicherlich relativ gut trollen und es kann auch schwimmen. Das ist so der, ja, ich sag jetzt mal der größte Vorteil, inklusive der Kanone. Ne, ansonsten, ja, ist das Teil ja relativ, ähm, behäbig und vor allen Dingen auch ein riesengroßes Ziel. Das zweite Fahrzeug, was jetzt gestern vorgestellt wurde, war ein Fahrzeug oder ist ein Fahrzeug, das man sich schon auf dem Dev-Server angucken konnte. Unter bestimmten Voraussetzungen allerdings ist es in den Files gefunden worden und da musste man sich irgendwie einen, ähm, Custom-Hunger installieren und dann in den Spieldaten noch irgendwie was, in irgendeiner Konfig noch was umschreiben und dann konnte man sich, ähm, dieses Fahrzeug angucken. Ein paar Content-Creator haben es auch schon gezeigt, weil die das halt eben auf dem Dev-Server gemacht haben. Ich hatte dafür leider keine Zeit. Und zwar handelt es sich hierbei um das Ding hier, um den PT-76-57. Also ein PT-76 bewaffnet mit einer automatischen 57-Millimeter-Kanone. Warum automatisch? Das Ding hat halt eben mechanisiertes Amoreg, sprich also eine automatische Zuführung, 20 Schuss das Ganze. Dann muss das Amoreg wieder aufgeladen werden, beziehungsweise wieder nachgeladen werden. Ähm, wie viel Schuss jetzt insgesamt der Panzer mitführt, wissen wir noch nicht. Das werden wir dann entsprechend sehen. Es hat eine Feuerrate von 120 Schuss pro Minute. Die 57-Millimeter-Kanone kennt ihr schon. Ja, die bringt natürlich auch entsprechende panzerbrechende Munitionen mit. Woher kennt ihr sie? Natürlich von der ZSU-57-2. Ja, nur mit dem Unterschied, die ZSU-57-2 hat zwei von den 57-Millimeter-Kanonen. Und ich denke mal, wir werden hier auch tatsächlich dann die gleichen Munitionssorten haben, wie die 57-2 sie hat. Ähm, zumindest was die panzerbrechende Munition angeht. Ähm, aber jetzt einfach nur ausgehend davon, was halt eben die ZSU-57-2 eben für Munitionen mit sich führt. Die Flugabwehr-Munition, die wird der PT-76-57 mit Sicherheit nicht haben. Aber die panzerbrechende Munition, die auch schon die 57-2 mit sich führt, die wird er auch definitiv haben. Weil alles andere macht keinen Sinn und es steht auch so mehr oder weniger direkt im Dev-Blog drin. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich von diesen beiden Fahrzeugen halten soll. Also im Moment, ähm, flasht mich der kommende Battle Pass jetzt nicht so wirklich. Die fünfte Season, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich finde den jetzt mit Abstand mit am uninteressantesten. Vielleicht ändert es sich, wenn ich die Möglichkeit habe, mir den PT-76-57 mal anzuschauen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Gaijinin uns wieder zum Testen in die Garage stellt, damit wir CCs euch das Fahrzeug auch zeigen können, beziehungsweise beide Fahrzeuge. Schauen wir mal. Ich denke, uns ist allen klar, welches das Level 14 und welches das Top-Reward-Fahrzeug, also das Level 75 Fahrzeug werden wird. Aber ich spreche trotzdem nochmal drüber. Also das LVT-440 wird mit Sicherheit das Level 14 Fahrzeug werden. Bedeutet also, ihr bekommt es gleich, wenn ihr den Improved Battle Pass für 2500 Golden Eagles kaufen werdet, weil dann bekommt ihr ja die ersten Level quasi noch mit dazu. Und der PT-76-57 wird das Level 75, also das Top-Reward-Fahrzeug werden. Ja, mal gucken. Also noch so wirklich überzeugt bin ich davon jetzt noch nicht von dieser Season. Vielleicht ändert sich das noch irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich interessiere mich jetzt erstmal für eure Meinung. Was sagt ihr zu diesen beiden Fahrzeugen? Interessiert es euch? Lasst ihr die Battle Pass Season hier so links liegen, die fünfte? Oder schnappt ihr sie euch doch auch noch, die Fahrzeuge? Einfach auch nur, um zu sagen, okay, ich habe mich jetzt schon an alle anderen Fahrzeuge drangehängt und habe mir die erspielt. Dann will ich diese jetzt auch haben. Weil das ist zum Beispiel auch so bei mir so der Gedanke, hole ich sie mir vielleicht doch einfach nur, damit ich sie habe, also zum Sammeln. Und weil ich die bisherigen Fahrzeuge der vorangegangenen 4 Seasons mir auch erspielt habe, weiß ich noch nicht. Mit Stand jetzt sage ich eher nein. Nein, haut es mal unten in die Kommentare. Bitte das Video bewerten, wenn es euch gefallen hat, mit einem Daumen nach oben. Wenn nicht, dann natürlich wie immer mit einem Daumen nach unten. Bleibt ja euch überlassen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht es gut. Euer Raibun.